Warum wurde aus Jake Fischer ein Mann, der aus Helikoptern springen will? Mr. Fischer ist unser Highschool-Schwimm-Champion. Ich bin Rettungsschwimmer aus Überzeugung. Sie stellten Rekorde in einem Pool auf? Was, wenn Sie sich beim Planschen verschluckt hätten? Grundgültiger, Sie hätten sterben können. Er rettete über 200 Menschen das Leben. Wenn er so ein Held ist, was macht er dann hier? Es wird der Augenblick kommen, indem ihr entscheiden müsst, wer leben oder sterben wird. Was, wenn du es nicht schaffst? Das ist keine Option. Los! Wie entscheiden Sie, wen Sie retten? Ich schwimme so schnell und hart ich kann. So lange wie ich kann. Dann entscheidet das mir. Ich schwimme so schnell und schaffst. Ich schwimme so schnell. Untertitelung des ZDF, 2020